Hi Leute, hier ist HighcarbChristian. Dieses Video ist nur eine kurze Bitte an euch, denn ich möchte ein Q&A-Video machen in relativ kurzer Zeit oder irgendwie spätestens Mitte Dezember oder so. Und ich wollte euch fragen, ob da eurer Seite aus Fragen bestehen. Also irgendwelche persönlichen Fragen, Fragen zur Ernährung oder zu sonst irgendwas. Schießt einfach drauf los, hinterlasst es mir hier in den Kommentaren, schreibt es mir per E-Mail, wenn es vielleicht etwas ist, wo ihr halt nicht wollt. Dass Leute öffentlich wissen, dass ihr das gefragt habt. Stellt mir die Fragen auf Instagram, mir ist das egal wo. Und ja, ich hoffe möglichst viele beantworten zu können. Wir sehen uns, bis dann!